Meine liebste Kindheitserinnerung ist das Runde Eiwein mit meiner Schwester vor dem Abendessen. Was ist deine liebste Erinnerung? Stell dir vor, du wirst alles vergessen. Lade deine schönste Kindheitserinnerung auf Facebook oder Instagram hoch. Verlinke die NCL Stiftung und motiviere am besten deine Freunde mitzumachen. Für die ersten 1000 Bilder bekommt die NCL Stiftung jeweils 3 Euro von Telefonica Basecamp. Mache mit und unterstütze uns. Vielen Dank. Vielen Dank.